Schönen guten Abend und ein wunderschönes Hallo zu eurem Podcast im Kasten und hallo Hauke. Ich dachte, du wolltest gerade vermeiden. Ja, natürlich auch Grüße zurück und an alle, die jetzt gerade zugucken oder auch das nachher bloß tonmäßig genießen. Ihr seid alle gegrüßt, egal wo ihr herkommt. Ja, wir haben schon etwas Spaß vorher gehabt mit dem Thema Karsten und Kasten. Ich habe überlegt, ob ich einleite mit, es ist Podcast, meine Karstens, aber auch das lassen wir. Wir machen es ganz klasse. Zwei Wochen sind um, es ist mal wieder Podcast, meine Kerle. Jo. Und wie man sieht, sind wir wieder zu zweit. Genau, aber das ist ja immer noch Plural. Ja, das stimmt, das stimmt. Also alle da draußen, fühlt euch gegrüßt, egal wo ihr seid, ob im Norden, Süden, Osten, Westen oder Mitteldeutschland. Hallo. Oh, ich merke gerade, dein Bild wird schlecht. Dabei machen wir doch den Trick. Also das, ah, 450 Kilobit. Und selbst da siehst du schlecht aus. Also es hat mir temporär geholfen. Naja, datenschutzkonform bist du unterwegs. Eher so halb im Cockney. Ja, es kommt ja sowieso eher auf den Ton drauf an, bei unserer ASMR-Runde heute. Genau, genau. Ja. Genau. Erzähl doch mal von deinen witzigen Spam-Geschichten. Das fand ich ganz interessant. Ja. Das ist ja auch so ein Steckenpferd. Also als Postmaster ist das ja, eigentlich gehört Mail verboten, aber was willst du machen? Einerseits ja, andererseits nein. Irgendwie ist es ja noch, also weiß ich nicht, das ist irgendwie so dieses Universal-Kommunikations-Dings. Also ich sehe da eigentlich keinen sinnvollen Nachfolger, der wirklich dasselbe leistet und überhaupt. Aber in der, jetzt muss ich wieder überlegen, ich nehme das ja immer so ein bisschen zeitversetzt auf, im Gegensatz zu dem, wie ihr das seht. Es wird nicht am selben Tag, nicht in der selben Woche veröffentlicht, wo ich das Ganze aufgenommen habe. Aber stimmt, das war diese Woche. Da gab es so einen, sagen wir mal, humoristischen Rundumschlag zum Thema Spam. Der Aufhänger dabei war, Dinge, die wir so bei den Kilo Open Source und Linux Tagen über unser Kontaktformular reinkriegen. Und da habe ich mir mal zwei Charaktere rausgegriffen. Der eine ist der Boris. Der Boris ist ein Spammer, der von Yandex kommt. Also Yandex ist so das russische Yahoo, wobei das irgendwie so geteilt ist, der organisatorische Firmen sitzt, ist in Holland oder so und das andere ist in Moskau. Also, aber es wird überwiegend in Russland und in den östlichen Ländern verwendet. Also da ist das so ein Standarddings. Kennen die meisten von euch vielleicht gar nicht. Bietet Mail an und weitere Dienste. Und wenn von da irgendwie eine Mail kommt, naja, macht das schon erstmal einen schlechten Eindruck. Und der Boris hat uns, ich glaube, so zwei Monate lang mit dumpfer Spam-Mail beglückt, wo er immer gefragt hat, ach, wisst ihr, wo ich dieses automatische Capture-Lösungs-Dingsbums kriege? Also der wollte natürlich Werbung für ein Produkt machen, hat das aber als Frage verkleidet. Und das ließ sich natürlich auch super wegfiltern, weil es immer wieder derselbe Quatsch war. Und vom Aufbauen überhaupt, also es war halt sehr, sehr eindeutig. Dann auf einmal, als ich dann auf die Idee zu einem Video gekommen bin, habe ich mir gedacht, hä, was ist denn mit dem Boris los? Der will jetzt gar nicht mehr wissen, wie man diese Capture-Lösungs-Software da bekommt, sondern auf einmal fragt er nach, ja, ich möchte hier Sponsor werden bei den Kieler Open Source und Linux Tagen und ich habe da mal so ein paar Fragen. Wenn er das, also der Bot oder, ja, also ziemlich sicher, dass ein Bot dahinter ist, wenn das die erste Mail gewesen wäre, wäre die quasi so durchgegangen. War so ein bisschen komisch von der Formulierung her, denn einerseits ist die Formulierung so ein bisschen zu konkret gewesen mit den Stichworten, die da vorkommen, die man so als Sponsor, der sich nicht genau mit der Veranstaltung beschäftigt hat, so nicht stellen würde. Er fragt unter anderem, wie kann ich die Veranstaltung als Firma oder Organisation unterstützen? Das ist eine Formulierung, die wir drin haben, weil entweder Firmen können uns sponsern oder auch Organisationen, also sowas wie zum Beispiel OpenSUSE oder so ist ja keine Firma als solches, sondern das gibt nochmal einen größeren Kreis dazu. Aber wenn ich jetzt irgendwo anfrage, dann sage ich doch, ich habe eine Firma oder ich komme von einer Organisation, also ich bin mir ja schon insgesamt sicher, was ich selbst bin und frage denn so nach. Ich bin die Firma XY und ich möchte gerne ein bisschen Geld dafür ausgeben und so weiter. Also das war so ein bisschen komisch. Und das, was dann komplett auffällig war, eine halbe Stunde später kam vom selben Boris, also selbe E-Mail-Adresse, die ist immer statisch geblieben über die ganzen Versuche, kam eine Formulierung, die ich so gemacht hätte, wirklich so in der Art und Weise. Ich bin ein IT-Dienstleister, ich möchte gerne hier ein bisschen Sponsoring machen. Was habt ihr denn so? Also das ist irgendwie so ein bisschen komisch gewesen. Und die Sinnfrage dahinter, also das bringt ja, also bei uns kommt das natürlich nicht an. Wir werden hoffenweise mit so einem Quatsch überschüttet. Und kommt das irgendwo an? Also hat das irgendeinen Erfolg? Denn selbst wenn Spam-Versenden sehr, sehr günstig ist, also es ist ja trotzdem irgendwie ein Kostenfaktor. Und wenn man das Zeug millionenfach raushaut, will man ja doch irgendwann einen Gegenwert dafür haben. Also das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Von daher hatte ich einmal den Boris da drin, mit seiner doch sehr geänderten Strategie von Standard-Schwachsinn-Spam zu zugeschnittenen Inhalten, die eigentlich irgendwie ganz gut passten, aber dann doch wieder nicht. Und das Gegenstück dann nochmal den Mike. Der Mike ist SEO-Spezialist, der möchte uns immer seine Dienste verkaufen. Das ist auch immer wieder derselbe Krams. Und er fängt das an mit einer Formulierung, die ich irgendwie eher ungewöhnlich finde. Aber vielleicht machen Amerikaner das eventuell doch so. Aber da kann man die Leute ganz gut erkennen. Und ja, ein Trojaner hatte ich dann auch nochmal so ein bisschen vorgestellt, dass Dinge nicht so unbedingt übereinstimmen mit den Sachen, die in der Mail angekündigt ist. Es geht da um eine Rechnung. Da steht drin, ein PDF sollte es sein. Und der Anhang ist eine ZIP-Datei, die bloß so ein paar Byte groß ist. Also so ein PDF dürfte man nicht erzeugen können. Naja, also das war das, was ich diese Woche denn mal so aufgearbeitet habe. Und weil das so gut passte, habe ich natürlich auch für die Kilo Open Source und Linux noch ein bisschen Werbung gemacht. Denn ihr könnt noch Vorträge und Workshops anmelden. Oder auch, wenn ihr einen Stand machen möchtet oder auch Sponsor werden wollt, dann dürft ihr das natürlich auch noch. Ja, genau. Das war der Spaß, den ich diese Woche veröffentlicht habe. Ja, schön. Genauso dürft ihr übrigens auch noch Vorträge für die TUX-Tage im November einreichen. Die sind wann im November? Du weißt doch eigentlich, dass ich immer darauf schlecht vorbereitet bin. Das ist der Chance-Part. Also ich habe mir die für unsere Linux-Tage jetzt irgendwann mal eingeprägt. Das ist der 19.20. und 21. September. Ich muss mir eigentlich nur einen Tag merken, weil wir diesmal nur einen Tag. Siehst du? Am 2. November. Eigentlich relativ einfach zu merken, wenn der Tag dieselbe Quersumme wie der Monat hat. Und das versteht keiner. Nicht um die Zeit. Keine Ahnung. Irgendwie die Eselsbrücke machen. Und dann sagst du, die sind in 4. Wie 4? Oder 4? Ich habe die Quersumme addiert. 2.11. für alle nochmal. Ohne hier. Ja. Oder 3.12. Könnte auch gehen, ne? Ja, irgendwie so. Ne, was kriegen die da? Also, die Frage nochmal zur Spam-Geschichte, um da nochmal zurückzukommen. Was kriegen die Leute davon, wenn da wirklich jemand antwortet? Erstens die Antwort, dass da wirklich jemand ist und vermutlich auch die Info, dass der scheinbar nicht so wirklich Spam erkennen kann. Und dann kriegst du vermutlich den Viren-Link. Oder? Keine Ahnung. Das könnte natürlich auch sein, dass es das ist. Also, dass es noch nicht die erste, die, also, noch gar nicht wirklich so der Inhalt ist, wenn du jetzt dem Boris geholfen hättest, damit er auch seine Capture-Lösungs-Software kriegt. Ähm, ich weiß nicht. Also, eigentlich müsste man dem mal mit so einer Wegwerf-E-Mail-Adresse mal antworten. Einfach mal ganz nett unterstützen oder gleich auf ein anderes Betrugsangebot umlenken. Ach, übrigens, du scheinst dich dafür zu interessieren, möchtest du vielleicht auch hier Ransomware-as-a-Service mieten? Ich hab da gerade ein Angebot. Echt super toll. Vielleicht mal so probieren. Richtig gemein. Einfach so Leute miteinander vermitteln, dass sie sich gegenseitig irgendwie... Ich hab da hier dieses super Produkt. Der Ansprechpartner ist, äh, 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 Dave. Und dann wird der Boris mit dem Dave irgendwie, äh, und dann tun die gegenseitig ihre Zeit verschenken. Oder du tust einfach Antworten zur Antwort deines Problems. Löse bitte dieses Capture. Und dann hast du ihm einfach nur ein JPEG geschickt. Mal sehen, wie lange er braucht. Wäre auch mal eine Maßnahme. Mal gucken, ob, 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 ob vielleicht am anderen Ende jemand mit einem ähnlichen Intellekt, äh, sitzt, den sie erwarten, zu erreichen. Man weiß es nicht. Stimmt eigentlich, ne? Das gibt doch... Ah, wie heißt denn das? Ähm, äh, äh, ich glaube, das sind bloß mehrere Audiodateien. Das simuliert einen schwerhörigen englischen Rentner und, äh, ist dafür da für diese Telefonbetrüger, die irgendwie sagen, ich bin der Microsoft-Support, sie haben dein Virus und so, ich helfe da mal eben. Und der sagt dann irgendwie, Höh, ich kann gerade nichts hören. Ah, Moment, ich muss noch mal kurz in die Küche. Irgendwie sowas. Und der hält dir einfach immer mit demselben Mist hin. Das wird dann immer wieder abgespielt. Und das ist, ähm, davon gibt es auch Mitschnitte, meine ich. Und, ähm, dieses simple Zeug, ähm, was sich immer wiederholt, es ist ja nicht immer mit, also es sind ja keine Variationen dabei, das sind ja feste Aufnahmen, die da abgespielt werden, schaffen die das, einige von diesen Betrügern relativ lange hinzuhalten. Also es gibt welche, die eine halbe Stunde, denn meinen, ja, okay, da haben wir ein Opfer, ein bisschen schwerhörig, ein bisschen, äh, schwer von Begriff, da könnte man noch was rausholen. Ich erkläre ihm das jetzt noch mal, wie er da seinen Computer mit, äh, dem Trojaner bestücken muss. Und, äh, die merken das irgendwie nicht. Oder sehr, sehr spät. Also, da gibt's aber zahlreiche Leute, die sich sowas zur Aufgabe gemacht haben, wo die wirklich stundenlang diese Leute einfach deren Zeit verschwenden. Die kommen zu nichts. Im Gegenteil, dadurch, also ich, ich red jetzt so von Leuten, wie ein Callcenter Fun ist in Deutschland ziemlich bekannt. Da hat sich auch inzwischen, ich glaube, von, von dem dann so ein bisschen inspiriert, ein ganzes, äh, Geschwader an, an solchen Leuten, äh, gebildet. Äh, was mir neu aufgefallen ist, ist der Callcenter Crusher, äh, zum Beispiel. Da gibt's dann auch eine ganze Riege um ihn herum, die, die auch sowas ähnliches machen. Dann gibt's international noch, äh, Kitboger, der auf, auf die skurrilsten Weisen die Leute verarscht, äh, 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 inklusive mit Stimmverzerrer sich für jemand anders ausgeben. Es ist unglaublich. Also, oder auch mit KI die Stimme des Anrufers nachmachen und den damit komplett aus, äh, aus dem Konzept bringen. Das, das, also, wer, wer mal Langeweile hat, äh, und mal wirklich, äh, sich was sehr, sehr Unterhaltsames angucken möchte, kann das ganz gerne mal, äh, sich auf die Watchlist, äh, packen, sowas. Das ist, äh, hochinteressant, wie dann auch die Leute dann teilweise austicken, wenn sie merken, dass sie, äh, verarscht wurden. Und beim Abziehen der Leute, die, die sind nämlich keine feinen Menschen. Also, ähm, ne, 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 das ist, ja, das ist, äh, sehr interessant. Äh, aber noch mal wegen der Spam zurückzubekommen. Ich, ich bin ja auch, äh, Postmaster für einige Hosting-Systeme. Mir ist aufgefallen, es ist übelwitzig, was so alles versucht wird abzuklopfen an, ähm, Empfänger, also standardisierte Empfänger vor dem Ad. Ein, ein Name, der, äh, es bei uns aufs Whiteboard geschafft hat, ist Gabriela Burini. Das ist so skurril, dass das permanent probiert wird. Das macht überhaupt gar keinen Sinn bei, bei uns zum Beispiel im, im deutschsprachigen Raum, ne, Gabriela Burini. Letztens hab ich sogar ne neue Variation, äh, gefunden. Da ist es Gabriele Burini. Das ist, ich, ich, aber es ist halt wirklich, wenn nur einer, ähm, ähm, ein Treffer hat, dann haben die ja schon das bekommen, was sie wollten. Nämlich ein weiteres Opfer oder ein, ein weiteres Post-Relay. Äh, 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 es ist, es ist ein ekliger Kampf gegen Windmühlen. Das ist, ähm. Stimmt, ja. Man kann aber nicht drauf verzichten. Das ist irgendwie wie so ein, ähm, weiß ich nicht. Also, es ist ja mehr oder weniger wie so ein analoger Postkasten, ne? Jeder kann was reinstecken. Also, da hab ich auch manchmal sehr komische Dinge drin, so wie diese, diese Briefumschläge, wo natürlich kein App-Sender drauf ist, überhaupt nicht steht, wo, äh, immer Müll drin ist. Aber die spekulieren ja da drauf, dass du es aufmachst, weil du neugierig bist. Und dann, äh, wird da die nächste Kaffeefahrt feil geboten oder ein anderer Mumpitz. Also, äh, es ist genau dasselbe. Also, ja. Also, das Zeug wird relativ einfach weggefiltert. Also, was ich nicht mache, ist, automatisch Dinge, äh, komplett zu löschen. Also, die werden bei mir schön einsortiert. Der Thunderbird kann das ganz gut. Und da gucke ich einmal grob rüber. Also, das dauert so ungefähr zehn Sekunden. Da scrolle ich einmal durch. Ah, 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 ah. Kann weg. Und, äh, falls was durchgerutscht ist, dann passe ich den Filter nochmal eben an. Sagt er, naja, das ist übrigens auch noch Spam. Also, ich hab da nicht so die Probleme mit. Und manchmal sind ja auch ganz, äh, humorvolle Dinge bei. Also, da wird es nochmal eine Nachfolgefolge dazu geben mit, äh, also so ein bisschen spielerischer Umgang mit dem Ganzen, wie man auch innerhalb von der Firma, ähm, das Thema so ein bisschen sensibilisieren kann. Oder vielmehr die Leute, ähm, sensibilisieren kann dafür, dass sie, äh, auf Dinge nicht reinfallen. Es gibt ja relativ gute, äh, Maschen, die auch funktionieren, direkt zugeschnitten sind, auch auf eigene, äh, einzelne Firmen und so weiter. Also, dass man das mehr ins Bewusstsein reinbringt, um den Schaden ein bisschen niedriger zu halten. Das ist denn bei einer der, ja, weiß ich noch nicht, wann ich das mache, aber die, die Folien sind schon so halb vorbereitet dafür. Genau, ja. Geht ja auch um, äh, den, den, äh, pädagogischen Effekt so ein bisschen dabei. Also, den Lerninhalt, es geht ja um Wissensvermittlung dabei. Klingt interessant. Ja. Und das ist so ein kleiner Auszug aus dem täglichen Wahnsinn, den ich manchmal ergeben muss. Apropos täglicher Wahnsinn, also ich habe heute die, die erste Spam-Nachricht gekriegt, für, ähm, hochpotente Zaubertränke. Also, das war was, was ich bis jetzt noch nicht hatte. Okay. Also, die sollen total super sein und in allen Lebenslagen helfen können. Also, die sind dann auch vom namibischen Prinzen abgesegnet, oder? Ich glaube, das ist eher eine andere Richtung. Also, ich habe nicht genau geguckt. Also, vielleicht kommt es von Hogwarts oder so, irgendwo so aus den Tiefen dort, dass sie da irgendwie sowas machen, oder, äh, oder ob das Voodoo ist. Ja. Müsste ich nochmal genau lesen, was da so drin ist. Also, das fand ich so skurril. Die meisten anderen Sachen, die kennt man ja eigentlich auch. Aber das war mal wieder was Neues. Also, hin und wieder bin ich auch positiv überrascht, dass es denn doch nochmal ein bisschen was anderes wiedergibt. Hm. Ja. Das... Also, ich lese da auch immer die verrücktesten Sachen. Mir ist auch aufgefallen, ähm... Ich habe mich ja sonst immer mailtechnisch über Microsoft markiert, dass man da immer randommäßig auf deren Blockliste landet. Den nächsten Vogel hat man wieder, äh, nicht Microsoft diesmal abgeschossen, sondern die Telekom. Ich kriege, oder wir kriegen, ähm... Ja, Mail berichtet zurück, wenn etwas nicht zustellbar ist. Und da steht dann drin, ja, ähm... Wir, die Telekom, vermuten hier Spam. Ähm... Wenn das nicht der Fall ist, äh... Schicken Sie uns doch hier mal, äh, eine Mail hin. Dann prüfen wir das. Und schreibe ich da als, äh, sogenannte ISP dann dahin und sag hier und hier. So sieht's aus. Also, uns ist nichts bekannt. Die Systeme sehen auch nicht komplementiert und alles aus. Äh... Können Sie uns da, äh, die Listen. Äh, bitte mal die E-Mail, um die es geht. Ja, die hab ich nicht, äh, wie stellst du dir das vor, soll ich jetzt vom Kunden mir die E-Mail, äh, ausfischen? Das geht nicht. Und der Kunde kriegt's auch irgendwie nicht mit. Das scheint eine automatische Weiterleitung zu sein. Das ist auch so ein Ding, äh, so ein Wahnsinn. Also, ich kann ja jetzt dem Kunden nicht verbieten, dass eine Weiterleitung, äh, eine seiner Weiterleitung, äh, Probleme macht, jetzt alles abzuschalten. Das ist auch so ein Ding. Und ich als ISP darf jetzt nicht mich drum kümmern, weil die die Original-E-Mail brauchen. Es ist, ähm, weiß ich nicht. Es ist, äh, auch irgendwie... Oh, äh, äh, ne, Hostix, jetzt, äh, jetzt hast du, äh, jetzt hast du es, äh, tor zur Hölle aufgemacht. UCE Protect. Was? Das ist der größte Müll, den ich jemals gesehen habe. UCE Protect. Eigentlich gut gemeint. Das sind so automatische Sperrlisten. Ähm, die haben sich nur gedacht, ja, wir tun nicht nur jede einzelne IP auf unsere Liste machen, sondern auch ganze IT, äh, nicht IT, IP-Adressbereiche. Wenn du jetzt bei einem großen, äh, Hoster bist, wie, pff, Strato. Und jemand anders bei Strato verschickt Spam. Und UCE Protect kriegt mit, uh, da kommt ganz schön viel Spam von Strato. Strato, äh, Listen wir mal, das gesamte IP-Adressbereich. Und du bist jemand anderes bei Strato und fragst dich, warum deine E-Mails nicht ankommen, warum die Spam sind, obwohl du gar nicht auf der, äh, Liste bist, sondern erst auf Level 3 im gesamten IP-Adressbereich. Das ist so, also, mir fällt kein anderes Wort dafür. Ein grenzdebil, wie man auf die Idee kommt, einfach IP-Adressbereiche zu sperren, weil jemand explizit ist, den sie festmachen können, vermutlich von einer IP oder einige IPs daraus. Sich andere Leute abzustrafen, das ist, weiß ich nicht, also, äh, da fallen mir die Haare aus. Also, äh, 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 ja. Da ist der Bart weg. Ja, ja, nee. Wollen wir nicht einen Teufel an der Wand. Das ist, äh, 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 also solche Sachen gibt es wirklich noch. Und da mal zu sagen musste, ja, es gibt wirklich noch Leute, die UCE Protect benutzen. Also, ist, also das wäre jetzt quasi eine perfekte Überleitung, oder? Zu was jetzt? Ah. Jetzt komme ich mit der Überleitung nicht, weil ich nebenbei Chat lese. Achso, wegen alles sperren und alles kaputt machen? Ja, ja, mit alles kaputt machen, da hatten wir doch so einen Vorfall jetzt gerade. Ja. Das wäre der perfekte Absprung, es sei denn, wir möchten noch gar nicht abspringen. Nee, ich habe mich gerade nur durch das Thema so in Rage geredet. Ich war gar nicht auf Übergang aus. Okay, okay. Ja, aber witzig, äh, äh, was hier von, äh, vom, vom Niklas kommt, ne? Mit dem Feenstaub zur Reinigung der inneren Seele. Das habe ich auch noch nicht. Also, vielleicht muss man da wirklich so, äh, so ein, so ein, also früher gab es ja so diese Sammel, äh, äh, Karten und Kästen, wo man so alles Mögliche gesammelt hat, ne? Äh, gab es, glaube ich, auch in der Mickey Mouse solche Dinger zum Thema Sport, Pflanzen, Tiere, irgendwie sowas. Und dann musst du alle drin haben, ne? Dann fehlt dir noch die Spam-Mail zum Thema magischer Hokus-Pokus-Fädenstaub. Und wenn du die nicht hast, dann ist deine Sammlung noch nicht komplett. Mhm. Also. Dann ist, dann ist die auch nichts wert. Ja. Obwohl, das ist ja schon quasi so ein kleiner Teaser für das Video, was ich vorhabe. Geht nicht um Sammelkästen und Sammelkarten, sondern um einen anderen spielerischen Ansatz dafür. Ach so. Aber, aber mit ähnlich viel Fädenstaub. Äh, ja, ja, ja. Astro-TV. Ja, das stimmt. Die ist ja gar nicht mehr, oder? Ja. Astro-TV. Astro-TV, glaube ich, nicht mehr. Aber ähnlich wie Feenstaub funktioniert auch Sand im Getriebe. Und das, das, das haben ja die Leute von Crowdstrike geschafft. Kommen wir mal darüber. Jetzt, jetzt habe ich den Übergang geschaffen, weil ich darauf eingestellt war. Katsching. Genau. Ja. Das Wochenende war, beziehungsweise der Freitag war ein bisschen sonderbar. Ich, ich sage mal so, wie ich das erlebt habe. Mein Freitag war relativ entspannt. Freitags sind bei mir immer recht viele Meetings. Das, das ist entspannt den ganzen Vormittag, sage ich mal so. Das, das, das kriegt man rum. Irgendwann ein anderer Kollege aus einer ganz anderen Abteilung, hast du das schon mitbekommen und hat mir einen Link zu, ich glaube, war es die Welt oder so, ein Artikel mit weltweit rigoros IT-Ausfälle. Ich habe es nur kurz überflogen, habe nur spaßeshalber zurückgeschickt, das war bestimmt der Russe. Und habe da zurück, nee, es war Microsoft. Und dann habe ich mich erst mal reingelesen, was da los war. War dann sehr interessant. Wie hast du, hast du aktiv davon mitbekommen oder hast du dich einfach nur im Nachhinein gefreut? Wobei, Freunde ist jetzt ein bisschen sehr gemein. Ich habe damit insofern keine Berührungspunkte gehabt. Also Windows-Rechner habe ich nichts mit zu tun. Also auch bei meinen Kunden nicht. Das ist ein Gebiet, worum ich mich überhaupt nicht kümmere. Sage ich, wenn jemand ankommt, hier Windows und so, nö, nicht meine Baustelle. Von daher habe ich keine Berührung damit gehabt. Aber am Ende habe ich bei Fefe, also am Wochenende, habe ich bei Fefe mal geguckt. Also der schreibt immer einen sehr launischen Blog. Und darüber bin ich überhaupt da raufgekommen. Aha, es ist mal wieder was schiefgegangen. Also habe ich irgendwie so abgehakt wie Business as usual. Mal wieder so ein Microsoft-Update ist wohl irgendwie daneben gelaufen. Aber nein, das war es ja überhaupt nicht. Es war ja so eine Sicherheitslösung, die auf einzelnen, also auf den Endgeräten läuft und dort Sicherheit überprüfen soll und ja, Dinge tun. Wie die, wie nennt das immer, diese Schlangenöl-Industrie. Also falls ihr Fefe nicht kennt, guckt da mal nach unter blog.fefe.de. Ist sehr zu empfehlen. Und da ist so der Sicherheitshorror sehr launisch aufbereitet, zusammengefasst mit den ganzen Quellen, wo es herkommt, verlinkt und so. Also da kann man sich ganz gut mal durchlesen. Und wenn man davon nicht betroffen ist, ist es auch ganz witzig. Also von daher bin ich erst ein bisschen verspätet draufgekommen und naja, gut. Witzig an der, oder irgendwie, wie soll ich sagen? Also erwähnenswert an der Sache finde ich vor allem CrowdStrike, die haben ja so Ent-, oder Lizenzbedingungen AGB. Warte mal ganz kurz, bevor du da hingehst. Erstmal vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, was eigentlich passiert ist. Bei CrowdStrike gab es eben ein Update. Man muss ganz kurz sagen, CrowdStrike wird so ein bisschen, die beste Beschreibung habe ich mal gehört oder gelesen. CrowdStrike ist Security-Software auf Testosteron, weil die auf NT-Kernel, also auf Windows-Kernel-Ebene auch eingreifen können. Oder arbeiten, sagen wir es mal so. Die sind ganz tief im System. Die sind nicht einfach nur so ein Windows-Defender. Nee, nee, die sind noch ganz weit am harten Kern dran. Ähm, und da wurde halt ein Update released, was, ja, irgendwie nicht zu Ende getestet wurde. Also, eigentlich gar nicht. Testen, das kostet Geld, das kann der Endnutzer machen. Ähm, es ist jetzt spaßig, äh, umrissen, aber leider Gottes ist das bittere Realität. Das muss man auch einfach mal so sagen. Also, äh, Qualitätsmanagement, das ist nervig, genauso wie Support, das, das bringt uns ja kein Geld, das kostet. Ach, das, das, das möchten die Unternehmen natürlich nicht. Ja, und eben so ein Update hat halt weltweit immer peu a peu, je weiter man in der Zeitzone, äh, gegangen ist, ähm, für Ausfälle in wirklich kritischen Systemen gesorgt. Übrigens so als Tipp, falls ihr dann irgendwann mal selber betroffen seid von sowas und ihr wisst nicht, äh, was los ist, wo ihr anfangen sollt, guckt mal, oder ihr denkt, dass ihr angegriffen werdet, das ist, äh, wichtig. Guckt mal, ob hier ähnliche Probleme schon mal, äh, vor ganz kurzer Zeit in Australien, und in Australien beginnt meistens, äh, zeitzonentechnisch der Tag, beziehungsweise da geht der Tag immer los. Ähm, und dann geht's weiter Richtung, oh Gott, Geografie. Ähm, geht's dann weiter rund um die Welt. Ähm, ja. Bevor ich mich in den Nesseln setze, setze ich mich lieber gar nicht hin. Ähm, und dann geht's dann rund um die Welt. Und wenn man das Szenario nachvollziehen kann, ist man erstmal vermutlich nicht angegriffen. Dumme Überschneidungen gibt's immer, aber wenn sowas um die Welt geht, ist, ist, äh, der Kollateralschaden ziemlich hoch, und dann seid ihr vielleicht mit betroffen. Also, nur so als Tipp, wenn's irgendwo in Australien beginnt, euer, äh, euer Problem vor kurzer Zeit, ist es, ähm, sehr eindeutig. Ach, der Tipp kam, äh, Gen Westen. Ich, 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 ich tu da mal den Horstix einfach vertrauen. Geht dann Richtung Westen um die Welt. Ähm, ja. Und eben diese, diese Updates, die automatisch ausgerollt wurden, das finde ich nämlich, ähm, noch ein bisschen, ähm, kritisch zu sagen, warum ist sowas ohne Admin-Zutun überhaupt möglich, dass so eine Software, die so extrem in das System eingreift, die eigentlich Sicherheit gewährleisten soll, so autark und kann sowas machen. Und da kommen noch ganz viele Fragen drumherum, die will ich jetzt aber nicht vorgreifen. Ich, ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, was passiert ist, bevor ich dich unterbrochen habe. Ich wollte dich jetzt weiter, äh, reden lassen. Oder vielleicht hast du hier noch was zu ergänzen, aber du wolltest eher Richtung Lizenz gehen. Ähm, ja, aber jetzt kommt noch, äh, äh, eine gute Zusammenfassung von Fonses Web. CrowdStrike ist der Inbegriff der organisierten Verantwortungslosigkeit in der IT-Branche. Ein Must-Have für jeden IT-Chef. Das, das, äh, das Dumme daran ist, ähm, so jetzt nicht unbedingt auf, äh, CrowdStrike, äh, zu, äh, zugeschustert, sondern so allgemein. Das ist leider häufig wirklich so. Also die, äh, die, äh, Abteilungsleiter für, äh, Sicherheit oder sonst irgendwas, äh, die kaufen solche Produkte auch wirklich ein, weil sie meinen, ne, die anderen machen das auch. Also die beschäftigen sich überweise, äh, üblicherweise nicht so tief mit der Materie, dass sie dann sagen, nee, das geht überhaupt nicht. Das können wir bei uns nicht einsetzen aus guten Gründen. Das verschärft eigentlich eher die Sicherheitslage, also, äh, gegen uns. Und, äh, also das kommt so häufig, aber auch nicht bloß in, in dem Bereich Sicherheit, sondern auch in vielen anderen, wo ich mir eigentlich denke, äh, hat irgendjemand das, was da eingesetzt wird, vorher überprüft? Oder, um wieder zurückzukommen auf den Punkt von vorhin, hat jemand mal die AGB oder die Lizenzvereinbarung oder dieses Zeugs überhaupt gelesen? Ähm, in den meisten Fällen würde ich einfach meinen, Nein, das hat keiner gelesen. Bei einigen Dingen steht schon sehr weit am Anfang, dass du es vielleicht in deiner Branche überhaupt nicht verwenden darfst. Denn, ähm, ich habe mir das jetzt noch mal ein bisschen umformatiert, damit ich es auch besser lesen kann. Bei dem, äh, CrowdStrike, da gibt es, äh, Terms and Conditions, ist sogar auf Deutsch das Ganze. Und da gibt es den Absatz 8.6 Haftungsausschluss. Das ist das, was auch der gute Fee vorausgefummelt hat. Da ist ein, ein, äh, noch mal innerhalb von diesem Absatz, alles groß geschrieben, wirklich komplett groß. Äh, also das ist der Firma CrowdStrike sehr wichtig. Und da steht unter anderem drin, Die CrowdStrike-Angebote und CrowdStrike-Tools sind nicht fehlertolerant und nicht für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen ausgelegt oder vorgesehen, die eine ausfallsichere Leistung oder einen ausfallsicheren Betrieb erfordern. Also eigentlich raten Sie von Ihren Produkten schon mal ab. Das soll man eigentlich nicht benutzen, wenn es einem um Sicherheit und um die Ausfallsicherheit der eigenen IT-Landschaft geht. Also eigentlich sollten da jetzt die Warnglocken bei jedem verantwortungsvollen IT-Chef, Abteilungsleiter, wie auch immer, sehr laut schrillen. Und da sollte ich jetzt sagen, naja, das können wir nicht einsetzen. Aber die von CrowdStrike machen das Ganze noch ein bisschen konkreter. Die Listen jetzt nämlich auf, wo du es garantiert nicht einsetzen darfst. Weder die Angebote noch die CrowdStrike-Tools sind für den Betrieb von Flugzeugnavigation. Nuklearanlagen, Kommunikationssystem, Waffensystem, direkten oder indirekten lebenserhaltenden Systemen, Flugverkehrskontrolle oder Anwendungen oder Anlagen bestimmt, bei denen ein Ausfall zu Tod, schweren Körperverletzungen oder Sachschäden führen könnte. Moment, wer hat das noch mal eingesetzt? Also wo hatten wir die Probleme? War da nicht irgendwie sowas mit Leuten, die nicht richtig in den Urlaub konnten? Waren das Flughäfen? Das waren Flughäfen. Und Kliniken? Waren das auch Kliniken? Ja, ja, ja. Also exakt die Klientel hat am lautesten geschrien haben, aber in den Medien das meiste Echo hervorgerufen haben. Das sind exakt die, wo CrowdStrike ganz klar sagt, ihr dürft diese Produkte nicht haben. Die dürft ihr nicht einsetzen. So, für mich als Nicht-Jurist stellt sich jetzt da die Frage, wen kann man eigentlich dafür haftbar machen? Also irgendjemand muss das ja eingekauft haben, der muss ja eigentlich das gelesen haben und gesagt haben, das kaufen wir jetzt ein, ich gebe das frei, das Geld dafür, damit wir das Produkt bei uns in der Firma, in Organisation, im Krankenhaus, was weiß ich, irgendwo einsetzen dürfen. Und es muss ja auch einen Verkäufer dafür geben. Der muss ja auch wissen, an wen er es verkauft hat. Wenn jetzt die Firma CrowdStrike das direkt verkauft hat, dann müssen wir gesehen haben, der Flughafen XY möchte unser Produkt jetzt haben. Und wir sagen selbst von uns, das ist für die komplett ungeeignet. Dürfte man ja eigentlich nicht an die verkaufen. Oder wenn es über Zwischenhändler läuft, sieht er ja auch auf der Rechnungsanschrift, das ist ein Flughafen, das ist ein Krankenhaus, das steht ja eigentlich drauf. Also, wie, äh, äh, ja, das, äh, 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 äh. Da fehlen mir so ein bisschen die Worte für. Das geht alles gar nicht. Warum, also, warum läuft das so? Vermutlich wird der Einkäufer umbesetzt in der Betreffenden Firma, weil irgendein Kopf muss dort rollen. Das hat sich so etabliert. Und für die Regressansprüche gibt es ja leider Gottes auch Versicherungen. Es gibt IT-Versicherungen, die eben genau so einen Quatsch mit abdecken. Ob die jetzt greift, da braucht man einen guten Anwalt, der das, äh, äh, dann raushandelt. Oder wie Uwe schon schreibt, der dann fragt, woran hat er die Lehne? Hm. Ja. Es ist furchtbar. Also, Crowdstrike, beziehungsweise dieser Vorfall, wird uns noch jahrelang begleiten. Sei es jetzt für die Firma juristisch oder eben bildlich gesprochen. Das ist nicht, also, es ist nichts anderes als eine Softwarepanne, Computerpanne. Das kann passieren. Dass das bei sowas passiert, also, das ist ja gar nicht mehr von Satire gedeckelt. Das ist ja schon, äh, das darf eigentlich nicht passieren. Und da komme ich wieder zu dem Punkt zurück. Qualitätsmanagement, ach, das kostet Geld, das machen wir mal nicht. Ich, das kann auch der Endkunde machen. AGB steht ja, wenn da, äh, Leute zu Schaden kommen, sind wir nicht daran schuld, wenn sie es einsetzen. Hm. Äh, äh, so eiskalt denken die nun mal, aber sie verkaufen ja ihr Stangenöl auch, als, äh, wenn du Sicherheit willst, brauchst du uns. Ähm, also, allein dieser ganze Prozess, äh, dahinter an Regressansprüchen, das, das wird auch die Gerichte weltweit jahrelang beschäftigen, kann ich wie von Siegel drauf geben. dann als Mahnendes mal zu mehr, ja, mit, naja, mitdenken ist jetzt, ähm, zum, zum aktiveren Mitdenken, vielleicht in der IT. Jetzt ist natürlich die Frage, solche Konzerne haben wieder Beratungsstellen und noch und nöcher und vermutlich wird irgendein Admin gesagt dann, um Gott des Willen, macht doch nicht so einen Quatsch, das, das, ihr macht euch doch mehr Probleme damit, als dass es löst. Wenn wir nicht noch zwei Leute mehr einstellen, dann kriegen wir das mit Brainware, äh, abgearbeitet. Oh, nicht zwei Stellen, das kostet ja doppelt so viel wie da die Lizenz, nee, das machen wir nicht. Weil zwei Stellen, jetzt hier, wenn die Lizenz gegengerechnet und weiter wächst, äh, per Anno laufende Kosten und die, die, die Löhnenkostenstelle, die ist ja auch noch mal, äh, 30 Tage nicht verfügbar, plus krank, nee, die Lizenz ist immer da, dann wird dann wieder eiskalt wegen Geld gerechnet. Das ist ja nun mal so, äh, das ist ja unser Problem und da kommen wir jetzt schon wieder vom, vom Satirischen, äh, wie, wie verrückt das Ganze doch dann war, auch eher ins mystisch-philosophische mal wieder, wo ich ganz gerne reinwende. Wenn wir nicht so extrem auf, äh, äh, diese, diese Geldmacherei auswehren, was wir aber nun mal sind, es geht nun mal höher, schneller, weiter, mehr, 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 dann wären auch Firmen garantiert viel, viel empfänglicher für Open Source und ähnliches, weil solche Sachen, solche Projekte wie, äh, Mimux damals, was, was ja auch beendet wurde, weil da mal der Microsoft-Vertreter bei, bei der Münchner, ähm, war das Stadtverwaltung? Ja, Stadtverwaltung war das, glaube ich, äh, mal wieder durchgegangen ist und, äh, schön mit dem Koffer gewunken hat oder was weiß ich, ist das Ding ja auch, äh, 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 da sind halt einfach andere Möglichkeiten plus eben, die können einem wieder das Blaue vom Himmel versprechen und garantiert haben da auch die Admins gesagt, nee, macht man nicht, das ist alles irgendwie, äh, äh, bitterer Wahnsinn und, äh, aber es ist nun mal so. Wir alle, so wie wir jetzt hier so diesen netten kleinen, äh, 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 hier hören und auch, äh, 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 wir wissen eigentlich, dass Open Source der nachhaltigere und vermutlich auch deutlich sicherere Weg ist, aber wie kriegt man das etabliert? Gerade auch, ähm, weil Windows ist ja aus, aus, auf Client-Seite nicht mehr wegzukriegen. Die haben ja so einen Markt, äh, äh, Anteil. Dafür wird, wird Hardware-Treiber, äh, äh, geschrieben, die müssen auch erstmal nachgezogen werden und wenn es viel zu exotisch ist, dann, dann gibt es dafür keinen freien Entwickler. Das ist nun mal so. Dann muss das auch, äh, mit Geld gelöst werden und wieso soll ich denn etwas extra bezahlen, wenn es das schon bezahlt gibt? Also, da ist wieder diese Rechnerei und ich, ich will jetzt auch fast eigentlich gar nicht in diesen, in diesen Monolog so verfallen, vielleicht nur so, damit du auch meinen Standpunkt, äh, mitkriegst, wo ich eigentlich hin will, wie, wie das ein Mahnmal immer noch werden wird, also, oder bleibt. Es ist nun mal so, also, diese ganze Krankenhaus-Software, diese ganzen MAT-Röhren oder weiß der Geier, wo überall Windows draufläuft? Ich war, äh, ist jetzt auch schon wieder über ein Jahr her, mal, äh, in meiner örtlichen Bank und hab mich, hab kurz den Kopf zugedreht, weil in der Eingangshalle ein großes Display war und ich dachte, hä, das kennst du doch. Ach, das ist das, äh, das, das, das weiße Smiley auf blauem Hintergrund, was nicht so happy ist. Muss ich kurz lachen und dann hab ich, Gott sei Dank, noch Geld holen können. Hm, Glück gehabt. Wo der, wo der Quad, wo Microsoft halt überall drin ist, weil es eben aufgrund der Extremverbreitung den Fuß in der Tür hat und diesen Fuß kriegst du halt nicht weg, weil es ist schon da und da sind wir wieder bei dieser Rechnerei mit dem, mit dem Kapitalistischen. Was, was schon da ist, muss ich nicht extra bezahlen. Dann nehme ich lieber das Geld so für die Lizenz, gib jemand anderen, äh, die, die komplette erpresserische Gewalt über mich in die Hand. Dann ist das so. Aber dann kann ich wenigstens mit einem, ähm, festen Wert Rendite rausziehen. Nämlich mein Geschäft oder weiß der Geier was eben vorantreiben und nicht noch extra, weil ich das vom, vom idealistischen Wert besser finde, noch mehr Geld für etwas, äh, in Anführungszeichen, äh, Experimentelleres in die Hand nehmen und, und dann kommt das nächste, äh, Stück Hardware, was wieder nicht geht und, äh, die Welt könnte so viel schöner sein, wenn es anders laufen würde. Was, was er aber leider nicht tut. Jetzt, jetzt, jetzt red doch bitte, was ich, wenn ich nicht so. Was denn? Ich wollte mich hier unterbrechen. Das klingt so, als ob du, äh, gerade ein sehr starkes Anliegen hast, das exakt so zu sagen. Ja, aber ich, ich, ich rebe mich dann immer so ins, ins Mantra und da will ich immer eigentlich, das ist ja auch irgendwo Dialog hier. Ja. Äh, aber insgesamt, äh, ja, also, ähm, ich versuche bei diesen Sachen immer so ein bisschen, äh, das mit anderen Dingen zu vergleichen und eigentlich dieselben Muster, ähm, gibt es halt sehr, sehr viel. Und, äh, Dinge, die sich nicht beziffern lassen, darum macht sich keinen, äh, macht man sich keinen Kopf, jedenfalls nicht an den Stellen, wo Geld ausgegeben wird, wo sowas bewilligt wird. Ähm, ähm, äh, jetzt mit dem Umgang mit anderen Firmen oder, ja, ja doch, das sind schon Firmen, mit denen ich das sonst so zu tun habe, wenn ich mir da angucke, wie, äh, die Dienstleistungen und Produkte einkaufen, ähm, die, ja, was war denn das? Also, die, die hatten so eine, eine Mischung aus von, wir kaufen mal einfach irgendwas zusammen, ähm, und machen uns hundertprozentig abhängig von ganz, ganz vielen. Also, die, haben keinen, also, die betreiben irgendwie keine eigenen Mail-Server, da haben sie einen Dienstleister für, da sitzt der mal in Luxemburg, dann, äh, haben sie einen anderen Dienstleister, wo sie eine Terminvermittlungs-Webseite, also, darüber läuft ihr komplettes Terminverwaltungszeug, das sitzt in den USA, haben sie wohl auch irgendwie eingekauft, und, äh, so zieht sich das, wie so ein bunter Strauß durch dieses ganze Unternehmen, also, die haben nichts selbst, so rein gar nichts. Ich weiß nicht, ob die überhaupt feste Angestellte haben, oder ob die die jetzt auch so stundenweise einfach mit dazu buchen, und, ähm, also, das fand ich irgendwie, ich meine, wie, also, wenn du ein Unternehmen ein bisschen länger führen möchtest, dann sollten dir ja eigentlich unter anderem sowas wie Mitarbeiterbindung durchaus am Herzen liegen, und dass du grundlegende Dinge deiner IT oder Infrastruktur in deiner Hand hast. am besten bezahlst du auch noch jemanden dafür, der sich wirklich darum kümmert, und machst dich nicht hundertprozentig abhängig von irgendwas. Also, kann ja sein, dass irgendwo mal was ausfällt, dann ist das weg, und dann bricht bei dir das Ganze zusammen, gekaufte und geklickte Zeug zusammen wie, äh, wie ein, äh, wie ein Kartenhaus. Und, äh, zum Thema Datenschutz hat sich da auch überhaupt keiner irgendwie Gedanken gemacht. Also, ich hab, ich hab dann, äh, auch wirklich gesagt, also, ich finde das jetzt nicht gut, dass das so ist. Äh, geht das auch irgendwie anders? Dann, ähm, äh, meinen die, ja, wir können das dann bei Videokonferenz machen, und meine, ja, naja, ich, ich, ich hab sowas, ich betreibe selbst Server damit, und ich weiß, wo die stehen überhaupt. Und dann, äh, ja, dann müssen wir mit unserer IT-Abteilung mal Rücksprache halten, ob das zulässig ist. Und, ähm, dann kam als Vorschlag, ja, wir können das ja über Google Hangout oder so machen. Moment, bei welchem Thema waren wir noch? Datenschutz? Nein. Aber, ähm, die, die waren jedenfalls so weit, denn, äh, dazu bewegen, dass wir das dann über, über meinen Server gemacht haben. Das hat auch alles funktioniert, aber es macht sich keiner überhaupt irgendwie Gedanken. Irgendjemand sagt, wir kaufen das ganze Zeug jetzt irgendwo da zusammen. Das kriegt man schnell geklickt, und das ist günstig. Ey, guck mal, das Abo ist voll günstig, günstig, günstig. Und wird das zusammengeworfen, und eine Zeit lang läuft das, aber wenn das auseinanderfällt, also wenn die jetzt keine Termine mehr machen können, hm, wär's doof. Oder wenn ihr Mailing-Blafasel aus Luxemburg auf einmal die Gerätsche macht, wäre auch scheiße. Und, also, die, diese Abhängigkeit, die einige sich da zusammenpuzzeln, also, ja. Es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend. Und, jüngst so ein, so ein ähnliches Beispiel hatten wir auch, äh, in der Firma. Da, da ist es aber wirklich eher so, manche Leute haben einfach nicht, ähm, das Bewusstsein eben dafür, und das muss man dann halt auch wirklich akzeptieren, aber, eben, immer wieder darauf hinweisen, dass das, eine schlechte Idee ist, aus eben diesen Gründen. Man darf das nicht einfach so, äh, versacken lassen mit, hat er halt entschieden, ist dumm, ist nicht meine Baustelle. Im Endeffekt irgendwo als, äh, äh, Administrator ist man dann doch irgendwo immer in einer, in einer, in einer gewissen Gringschuld, eben seine Expertise damit einzubringen. Und, da stellt sich mir jetzt wirklich so die Frage, ich hab da mal so ein bisschen, äh, am Wochenende so gegen, gegen Sonntag mir mal so, meine Gedanken gemacht, warum war dieser Ausfall so bitter? Ja, das Problem war ja, dass durch, ähm, Crowdstrike ein angepasster, Treiber ausgeliefert würde und dieser Treiber eben eine, äh, Bootstleife, also, Blue Screen of Death und dann die Bootstleife, äh, diese ewige, hervorgerufen hat. Wie hätte ich sowas verhindert? Also, ich hätte vermutlich eine tägliche, Sicherung der VMs gehabt, irgendwie auf einem Copy-and-Wide-San-Storage, weiß der Geier was? Also, ich hätte eine tägliche Sicherung, äh, hätte die vom Vortag zurückgespielt, dann hätte man ein gewisses Datendelta gehabt, was man nicht hatte, aber man wäre arbeitsfähig gewesen und dann hätte ich geguckt, wie kriege ich Crowdstrike, wenn ich weiß, dass das von Crowdstrike kommt, das ist wichtig, dass ich die Info erstmal irgendwo herhabe, weil ansonsten spiele ich das Backup zurück, Crowdstrike macht sein Update und ich bin wieder an der Prämisse. Da muss man ja auch immer sagen, ähm, oder das, ähm, abwägen oder ausfinden, wo es herkommt, damit man das Problem beheben kann. Entweder Crowdstrike für diesen Moment abschalten oder eben dieser Update-Automatismus ausschalten. Das ist nämlich die Frage von Eingangs, warum darf das Ding das einfach? Nur weil es das kann, ist es ja nicht schlau, dass es darf. Also, wo war da, ähm, der Admin, der das Ding konfiguriert, oder das Admin-Gremium, das darf ja auch nicht ein Einzelner machen, also, das finde ich eh, äh, sehr wahnsinnig, wenn es wirklich so ist, wenn so große Flughilfen nur einen Admin haben. Also, ähm, der ist ja dann wirklich, äh, 30 Tage im Urlaub, dann mal krank und dann wirklich irgendwo, wo man nicht ans Telefon geht. Also, das war so eine Frage. Also, wie hättest du denn ein theoretisch mal das Ganze abgefedert? Oder hast du dir die Frage gestellt, ob du das hättest machen können, irgendwie, mit dem nötigen Wissen? Eigentlich nicht, weil es so überhaupt nicht mal eine Baustelle ist. Also, das, ähm, also, ich habe das bei mir schnell einsortiert zum Thema, na ja, gutes Windows und das, sowas passiert ständig. Also, ist nichts Neues. Äh, damit hat man sich aber irgendwie abgefunden. Das ist so. Da sagt auch, äh, keiner hinterher, ja, das hätten wir jetzt wirklich anders machen sollen oder grundlegend die Strategie ändern sollen. Das passiert hier üblicherweise auch nicht. Ähm, ja, also, wie du meinst, virtuelle Maschinen wieder zurücksichern, geht wahrscheinlich für vieles. Äh, problematisch wird es an den Stellen, wo es, ähm, Endgeräte sind, also nicht virtualisiert, sind, ähm, das kriegt man denn nicht so einfach hin und, äh, zum Thema, warum machen die das? Warum dürfen die das? Naja, es ist ja eigentlich das Produkt, was du kaufst, was sich exakt so verhalten soll. Also, es griebt sich sehr tief ins System ein, auch mit einem Kernel-Treiber. Also, das Ding hat noch mal mehr Zugriffsrechte als das Admin-Konto. Das ist gewollt so. Und diese automatisierte, ähm, Aktualisierung, das ist ja eigentlich auch ein Feature, was du haben willst. Also, in der, in der funktionsfähigen Welt, wo dieses Produkt auch funktioniert, soll es ja auch sehr schnell auf neue Angriffsszenarien reagieren können. Von daher, äh, dieses mit, wir gucken uns erst mal an, installieren das Update auf einem System, gucken erst mal, ob das rund läuft und dann kommt es auf alle anderen drauf. Das ist ja gar nicht gewollt. Es geht ja um Geschwindigkeit dabei. Und, ja, das kann eben auch negative Auswirkungen haben, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Aber eigentlich ist es ja das Feature, was du haben willst. Geschwindigkeit. Und, hm. Da musst du halt wieder die Waage, äh, befragen. Also, möchtest du eben diese Sicherheitsgeschwindigkeit oder möchtest du diese Sicherheitsstabilität, indem du, weil du vielleicht selber schon gemerkt hast, dass CrowdSec eine Qualitätssicherung, äh, äh, größer gleich Null, ähm, äh, kleiner gleich Null, ähm, durchführt, dann vielleicht auch selber durchführst. Also, wie gesagt, dass, das wird und bleibt ein mahnendes Beispiel, wird uns noch jahrelang vermutlich so in Erinnerung bleiben, weil, ja, sowas ist, wann ist denn der letzte wirklich große infrastrukturelle Ausfall ähnlicher Natur entstanden? kaputtes Microsoft-Update würde ich jetzt schon fast ausklammern wollen, weil, bei Microsoft, da kriegt man nicht immer sofort die neuesten Updates, da, da, da ist das das Gute, sag ich mal, aber, bei CrowdStrike oder ähnlichen Produkten, hatten, also, ich kann mich an sowas in der Art nicht erinnern. ja, also, wir haben ja einige Vorfälle insofern gehabt, aber nicht in so in dieser Größenordnung und vor allem auch nicht an der Stelle, wo es vielen Leuten wehtut. Also, es ist ja eigentlich eine, also, dieses Produkt ist ja was für eine sehr kleine Klientel, so im Gegensatz zur Gesamtanzahl aller Windows-Rechner oder Server und sonst irgendwas. Es ist sehr, sehr wenig, wo es überhaupt eingesetzt wird, aber es war sehr sichtbar dadurch, dass es, ähm, äh, Dinge mit Reisen getroffen hat, also Flughäfen, äh, das fällt sofort auf und sowas landet natürlich auch in Tagesschau und Co., weil das ein großer Aufreger ist, auch für Leute, die mit IT ja überhaupt nichts zu tun haben und, ähm, auch für die Nichtfachreporter, die sich mit den Themen ja eigentlich überhaupt nicht auseinandersetzen und häufig auch irgendwelchen Quatsch schreibt, weil es nicht ihr Themengebiet ist, aber wenn man was sehen kann, also so wirklich sehen kann, äh, die Wartehallen in den Flughäfen sind voll, die warten alle auf den Flieger und sie können nicht fliegen wegen Softwareproblemen. Also das ist auch ein eindrückliches Bild, ähm, und, ähm, insofern für viele ein großer Schaden, der da entstanden ist. Das lässt sich gut für Nichtfachleute in eine Story verpacken, im Gegensatz zu anderen Dingen, die, ähm, gar nicht mehr so wirklich interessant sind. Also so wie das Krankenhaus XY hat einen Trojanerbefall gehabt, komplette, äh, Infrastruktur ist, äh, zusammengefallen. Ähm, zum Glück haben sie noch Faxgeräte. Also das passiert häufiger, aber das, äh, nimmt man einfach so, ja, das kommt halt, ne? Also es ist wie so eine Schlechtwetterfront, mal wirst du getroffen, mal wirst du nicht getroffen, aber das passiert allem, alle laufend. Das ist nichts Neues. Hat man eigentlich sich so drauf eingestellt, dass das halt laufend passiert? Aber es sind den kleineren oder punktuellen. Hostex hat nochmal bei Twitch in den Chat geschrieben, Cloudware, äh, dauernd wegen Rakex-Fehler. Das, äh, ja, das, das war auch so ein, das war auch so ein, nennen wir es, das war eine Sache. Das, das, das war auch sehr interessant. Ähm, ja, was hatten wir da? O, O, V, H, das Rechenzentrum, was abgebrannt ist, oder? Was hier mit Wasser? Das, 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 das war so schnell, da, 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 da sind die Leitungen etwas sehr stark geglüht. Also, die haben so leid, so starke Hardware, hätten die das richtig vermarktet, das hätte keiner, äh, ne, da ist wirklich das Rechenzentrum abgebrannt, äh, und das Problem war ja gewesen, ähm, das Rechenzentrum, wo die Backups lagen auch. Das ist blöd, ne? Ja. Das war halt das Problem dort, da, äh, war es da mit verteilten Backups dann auch, ähm, nicht mehr, ja. Vielleicht noch mal, äh, weiß ich nicht, ob du da noch irgendwie weiter auf dem, äh, Thema weitermachen möchtest. Ja. Was, ja, also für mich so, was wird, äh, also, was ich denke, was da passieren wird, so als, äh, was haben wir insgesamt daraus gelernt, würde ich sagen, äh, es wird keine Konsequenzen haben. Also, das wird wieder, ja, es hätte ja irgendwie blöd gelaufen, aber es wird keine wirklichen Konsequenzen haben, jedenfalls nicht für die meisten, es wird nicht bedeuten, dass die ihre Sicherheitsstrategie überdenken und, äh, sehen, dass man eventuell sogar seine Angriffsfläche durch das, ähm, erhöht, dass man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen muss, vielleicht ein paar neue Leute einstellen, vielleicht, äh, die Struktur komplett umbauen, vielleicht auch das Betriebssystem ändern, irgendwie sowas, das wird dazu wieder nicht kommen. Also, ähm, es wird vielleicht mal so ein Bauernopfer geben, aber das wird auch schon das sein. Letztendlich wird man weitermachen wie vorher und hoffen, dass das Ganze nicht wieder, äh, also, dass das denn nicht so schnell wieder auftritt. Ich denke, das ist das Einzige, was, was da kommen wird, aber es werden wieder keine Konsequenzen kommen. Gehe ich mit, unterschreibe ich so und ich setze noch einen drauf, es wird garantiert, so in naher Zukunft eine Umfirmierung geben, einfach damit die Vertreter dann in den nächsten Monaten beim Kunden sagen, ja, wir sind Crowdsack, dann nicht vom Kunden hören, ach, hier, die mit dem Totalausfall. Nein, nein, wir sind Cloudsack. Echt? Und wir haben Cloudstrike. Ja, genau. Das hört sich so ähnlich an, aber das sind wir nicht. Waren wir nie gewesen. Ne. Was waren damals die, die, genau. Die, nee. Genau, das würde ich. Wir haben aber gerade so ein tolles Angebot für ehemalige Kunden von die Firma, deren Namen wir nicht nennen wollen, zu unserem Produkt, was natürlich viel besser ist und eine sehr zufällige Namensähnlichkeit hat. wir können, also, Deal. das Ganze eher ungewollt, die Namensähnlichkeit. Also, wenn überhaupt, aber ich glaube, die werden es nicht mal umbenennen. Also, das wird wieder so hinten runterfallen, wie eigentlich jedes Mal. Wir lernen einfach in der Menge nichts draus. Es gibt natürlich Leute wie wir, die sagen, nee, das ist eine dumme Idee, man müsste daran was machen, aber das landet nie an der Stelle, wo die Entscheidungen getroffen werden. Das ist ja das Blöde daran. Also, ich glaube, es hat so einen Einschlag gegeben, also, Crowdsack und Crowdstrike ist verbrannte Erde. Also, wenn das jemand demnächst wird, ich bin mir zum 99% sicher, dass die sich umbenennen werden. Einfach, um weitermachen zu können, wie bisher. der Aktienkurs wird einen leichten Knick haben und nach der Umformierung geht es dann wieder kontinuierlich nach oben. Also, ich habe nicht so viel Hoffnung. was auch bei Fefe stand, da hat nochmal was rausgefunden. Aus aktuellem Anlass Schäden durch Petia, das ist irgendwie so ein Trojaner gewesen oder so ein Ransomware, Krypto, Verschlüsselung, Trojaner, irgendwas. Schäden dadurch 10 Billionen und Schäden durch Crowdstrike in 24 Billionen. Also, nicht über einen längeren Zeitraum, sondern mal eben so schnell. Stimmt. Petia ist ja schon ein bisschen was im Umlauf. Gut, dass du das nochmal sagst. Also, Anno gerechnet ist das der teurere Deal mit Crowdstrike und Crowdstrike. Ah, das ist ja auch ein sehr interessanter Ansatz. Ich fand's aber total verrückt. Ich hab's dann mitbekommen, einmal bei der, war es die New York Times, die das in einem Artikel hatte und Vogel hatte dann abgeschossen, war das Toms Hardware? Ich glaube, ja. Toms Hardware hat ernsthaft geschrieben, Crowdstrike konnte nur so immens viel Schaden anrichten anrichten wegen der EU-Kommission, weil die EU sagt, es muss jemand anderes neben dem eigentlichen Produktinhaber noch die Möglichkeit haben, dafür Software zu rollen. Und nur weil die böse EU-Kommission gesagt hat, das muss jemand anders noch mit abdecken, war ja erst Crowdstrike möglich, diesen Schaden anzurichten. Wo ich mir denke, sag mal, welche Farbe war's denn? Weil, dass der Verfasser Lack gesoffen hat, das habe ich gelesen, aber welche Farbe war's? Das ist so wahnsinnig, das ist ja, da können wir ja gleich uns in die, in die, wie hieß es früher, ins Lehnstum wiederstellen, indem wir den Microsoft-Lizenzvertrag unterschreiben, weil dann gibt's ja alles ab. Genau, ja. Also deine Daten sind eh schon weg. Ja. Und du, du erlaubst das denn ja auch noch, wer war das? Der, der Microsoft-Ki-Mensch oder so, der meinte, naja, Dinge, die im Internet rumliegen, das hat sich irgendwie so, also, wie, wie meinte er das? Wir, wir, wir haben ein, mit der Internet-Gemeinschaft so einen nicht ausgesprochenen mündlichen Vertrag so ungefähr gemacht, dass alles, was man im Internet findet, auch benutzen darf. Also, so ein Gentleman's Agreement oder wie? Ja, so ungefähr, ja. Oh Gott. Aber wir haben nicht drüber geredet. Ach so. Ja. Also, ja. Annahme durch Stillschweigen heißt das im Geschäftsjargon. Ja. Ach, das ist alles so bekloppt und verrückt. Als ich die Kaufmannsausbildung gemacht habe, ist ja auch schon ein paar Monate her. Ja, wie gesagt, das wird uns noch in so vielen Sachen, das wird noch ordentlich nachbeben. Aber das mit Petja, den Vergleich, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist, das ist schon fast witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Wobei hier, da steht ja Billionen oder Billions drin. Das basiert ja auf einen amerikanischen Artikel. Also, vielleicht sind ja auch Milliarden gemeint. also nicht Billionen in unserem Wertebereich. Also nochmal drei Nullen mit dazu. Ja. Aber es ist genug. Ja. Wie gesagt, auf die Jahresrechnung ist CrowdStrike der schlechtere Deal. Ja. Oder per Anno gerechnet. Das ist ein bisschen schwierig. Ich fasse an Schmerzen. Also, ja, da werden wir noch irgendwo, die Referenzen werden wir noch ein paar Jahrzehnte ziehen dürfen. Es sei denn, es kommt dann CloudStrike. Ja. CloudStrike, formerly known as CrowdStrike. Steht ein ganz klein unten drunter. Sagen wir nicht. Sagen wir nicht. Ja, oder so. Es hätte den Spaß allerdings auch für Linux gegeben. Ja. Muss man auch sagen. Ja. Aber, wenn man irgendwelche, ähm, Dinge ins System lässt, die sich so tief ins System reinbohren, dass sie auf Kernel-Ebene irgendwas machen können, ja gut, dann ist das halt. oder CloudStrike. Ja, inzwischen haben sie die, die Clownsnase auf. Ah, Gott. Ja, ja, das ist, das ist, ja, da könnte man schöne Logos generieren. CloudStrike. Ja. Ja, mit der großen roten Nase. Ja. Die hat danach nicht nur der Clown, sondern auch der Kunde. Ja. Tada. Möp, möp. Ah, Gott. Also, das, das, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Das ist so absurd in allen Ecken gedacht, das, aber hätte CloudStrike auf Linux, ich glaube, ja gut, jetzt müsste man wirklich mal die blanken Zahlen miteinander vergleichen. Die, die es einsetzen, ja, pass auf, jetzt kommen wir eigentlich wieder zu meinem eingänglichen Rage-Monolog zurück. Wie viel im Vergleich zu den Windows-Rechnern hätte es denn betroffen, dass da wirklich wichtige Systeme ausgefallen werden? Dadurch, dass ja Linux nicht so extrem verbreitet ist, zumindest auf Client-Ebene, das vermutlich so nicht so hart einschlagen können. Ich glaube, die ganzen Linux-Systeme sind einfach ein bisschen besser gebackupt und weggesichert und rückgesichert. Meiner Meinung nach. Und das, auch jetzt meine Meinung nach, dass die Admins, die ausschließlich Linux-Systeme betreuen, dann doch eher noch so ein bisschen die Manpower-Nutzen, die sie haben und sich auf sich selbst verlassen. Also, ich glaube, die werden sich wehren, sowas ins System zu holen und wenn sowas im System ist, werden die garantiert irgendwo entweder das so konfigurieren, dass sie nicht zu viel abgeben, also dann die Waage sollen ein gutes Gleichgewicht bringen zwischen aktuellster Sicherheit und Stabilität, dass die da irgendwo noch so ein paar Zünglein an der Waage stellen. Glaube ich fast, aber das ist jetzt auch mit einer ganz heißen Nadel gestrickt und habe ich einfach so das Gefühl. Ich möchte jetzt auch nicht die Windows-Leute abwerten, aber im Vergleich zu der Masse, die die vermutlich irgendwie bewerkstelligen müssen, sind die auf jede Hilfe angewiesen und wenn sich das dann auch gut verkauft, ist das anders schwierig. Das ist auch immer so ein Null-Argument, also was natürlich auch immer wieder kommt, die anderen machen das doch auch so. Das ist diese Argumentationskette. Und naja, also als Administrator in der Firma hast du ja auch bloß einen Entscheidungsbereich, also wo du Dinge entscheiden darfst und der Rest wird halt vorgegeben und wenn von oben die Vorgabe kommen soll, das Produkt wird jetzt eingesetzt und du sagst, naja, ich finde das aus den und den Gründen irgendwie blöd, sollten wir nicht machen, weil es hat die folgenden Nachteile. Sollten wir nicht machen, aber der Vortrag von dem Vertreter war doch sehr gut und das hat doch alles sehr gut geklungen und so und das kaufen wir jetzt, das wird eingesetzt. Also du hast an vielen Stellen auch gar nicht die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die gut sind, weil von oben einfach eine andere Richtung vorgegeben ist. Das ist häufig einfach leider so. Ja, das ist die traurige Realität, aber da bin ich auch wieder an dem Punkt von vorhin, da muss man als Admin eben das Ganze tolerieren, sein Veto einlegen, das begründen fachlich, am besten auch dokumentieren, das ist ganz wichtig, falls da mal was schief läuft und der Kopf droht zu rollen, so sagen zu können, Kollegen, habe ich damals gesagt, dass genau so ein Quatsch passieren können, die habe ich gesagt, wir machen es trotzdem so. Nicht mein Kopf rollt, dein Kopf rollt, so die Uno-Reverse-Karte gespielt. Das ist wichtig. Ja, das ist halt nun mal die traurige Realität. Ja, doch, das ist richtig traurige Realität. Wer schreibt, der bleibt, genau. Gerade noch richtig gelesen, das ist dann so. Wollen wir mal von was, ich bin geteilt, ist das traurig, ist das lustig, ist das irgendwas dazwischen, vielleicht noch was schön so, komm, hast du zufällig noch was? Also, wenn ich jetzt hier was schönes, also ich habe, also, ich hatte von den letzten Malen auch schon ein paar mehr Sachen drauf, die wir nicht alle gemacht haben, aber jetzt, nee, das ist auch nichts Schönes. Also, nachdem wir jetzt die Stimmung schon relativ gesenkt haben, obwohl es hat ja auch so ein paar humorvolle Momente, dann würde ich jetzt einfach meinen Ring schmeißen, Linux Min 22 soll demnächst rauskommen und es gibt wenn ihr Beta-ISOS häufiger aktualisiert auf jeden Fall, es gibt Beta-ISOS für Cinnamon, für Mate und für XFCE, man kann sich das jetzt schon mal angucken. Hast du dir das schon mal angeguckt? Nee, ich habe es wirklich heute erst, als ich wieder zur Tür rein bin, irgendwann mal mitgekriegt, weil es dann doch im Newsfeed war, ich habe dann aber irgendwo in einem YouTube-Video, da hat jemand so verschiedenste Linux-Distributionen in diese klassische Rollenverteilung oder Rollenausrichtung von klassischen Rollenspielen, also neutral gut, neutral chaotisch, neutral böse eingeordnet und da hat Linux Mint genau die goldene Mitte, nämlich neutral chaotisch neutral getroffen oder chaotisch neutral, was waren jetzt nochmal Oh, jetzt, 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 jetzt tue ich mir mein eigenes Grab schaufeln, was ist denn genau die Mitte? Neutral? Okay, Schau raus. Nee, Lawful? Evil? Boah, ich brauche die Einordnung, ich komme gerade nicht klar. Also es hat genau die Mitte getroffen, damit machst du nichts verkehrt, tust aber auch keinen damit verärgern oder sonst was, das ist einfach, das läuft und damit ja, kannst du nichts verkehrt machen. Aber so direkt angeguckt habe ich es nicht. Ich muss auch sagen, Linux Mint, die Zeit, die ich damit hatte, die habe ich genossen, es hat gut funktioniert, es hat das gemacht, was es machen sollte, bis es dann mal einen ganz kleinen Fehler hatte in der Cinnamon-Oberfläche, das hat dann beim Stream zu T-Ring geführt. dann habe ich mir was anderes gesucht und ich bin nie zurückgewechselt. Ich würde es jetzt aber auch gar nicht wollen. Ich habe mich an andere Desktop-Environments gewöhnt, aber ich kann jedem sagen, mit Linux Mint macht man nichts verkehrt. Für den Anfang nicht und wenn man darauf in Anführungszeichen jetzt wirklich hängen bleibt, wird ja ganz gerne mal negativ notiert, wenn man auf etwas hängen bleibt, ist das jetzt auch nichts Verwerfliches. Es ist einfach eine gute, solide Distribution. Aber was ist denn in der neuen Version so drin? Ich habe es mir noch nicht angeguckt, vielleicht kannst du das ergänzen. Der Hinweis kam zweimal, ist gerade heute rausgekommen, die 22 und ich habe mir vorhin noch die Beta-ISOs runtergeladen, weil ich dachte, naja, guckst du mir mal die Beta an, dann kannst du schon mal so grob gucken, wie das wahrscheinlich wird, aber heute ist es rausgekommen. Also manchmal geht es schneller, als man gucken kann. Ich hatte mir hier mal die Seite so grob überflogen, was jetzt neu dabei ist, basiert jetzt auf dem Ubuntu 24.04, das alte war auf 22.04. Also von daher gibt es sehr viel Neues an der Basis. und dann haben die bei den Sprachunterstützungen das jetzt ein bisschen anders gemacht. Also man kann jetzt sich das ISO runterladen und ohne Internetverbindung sind schon die Sprachen Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Deutsch, Ne, also Holländisch oder Niederländisch und Italienisch mit dabei. Ja, das hat es vorher so nicht gegeben und dann, was haben wir noch? Genau, neuer Kernel basierend auf dem Ubuntu-Teil von dem, also PiWire benutzt nie und vorher war es, wie ist das noch? Puls Audio war doch vorher. Puls Audio. Schon wieder verdrängt. Wenn es Nachfeuer gibt, wer erinnert sich an den Vorgänger. Übrigens, die Mitte in diesem Charaktermodell ist wirklich true neutral. Echt neutral, true neutral. Also das ist das ist Linux Mint, das ist true neutral. Damit verärgerst du keinen, es funktioniert gut und du wirst ans Ziel kommen. Das stimmt auch. Du kannst ja auch damit alles machen im Gegensatz zu diesen Distributionen, die sagen, wir können Gaming ganz toll oder irgendwie Multimedia oder irgendwie noch was anderes, was es gibt. Also, ja, wow. Hat das neue Linux Mint auch etwas Problemen mit dem neuen GTK? Wissen wir noch nicht. Also, sowohl Hauke als auch meine Wenigkeit haben es ja noch nicht ausprobiert. Also, ich glaube, durchkommen ist noch nichts. Das Stichwort sehe ich jetzt gerade. Also, die haben Themenunterstützung für GTK 4 da drin, also damit das auch wieder ein stimmiges Gesamtbild gibt und einige Anwendungen, da haben sie ältere Varianten genommen, die auf GTK 3 basieren, damit das mit den Themen wieder stimmt, mit den verschiedenen Farbschemata und Co. also die haben insgesamt natürlich ein großes Problem damit, also GNOME geht ja in eine Richtung, dass sich sowas überhaupt nicht mehr einstellen lässt, von daher nehmen sie eher ältere Versionen, die auf GTK 3 noch basieren und irgendwas gab es auch noch dazu, achso, diese ähm ähm dieser Dialog, dieses Programm, womit man Verbindungen zu Online-Konten machen kann, zu Nextcloud, zu Google Drive oder so, zu Microsoft irgendwas, zu Flickr und was weiß ich, was es noch alles gibt, das haben sie Jandex also sehe ich nicht auf dem Screenshot drauf, achso, gut, aber vielleicht ist Jandex auch durchaus möglich oder vielleicht kann man es durch ein zusätzliches Paket nochmal nachrüsten, soll ja ganz wichtig sein, also der Boris, ne, der benutzt ja ganz gerne Jandex, um darüber ähm interessante Fragen zu stellen, an Leute. Solange es nicht Boris die Klinge ist, weil der würde Jandex benutzen, wer die Filmanspielung kapiert hat, also der kriegt ein Bienchen, schreibt es in die Kommentare oder in den Chat, würde mich mal interessieren. Es wird auch gefragt, wie es mit Valent aussieht, also ich glaube, Linux Mint ist noch in Anführungszeichen so konservativ, dass Valent noch nicht der Default ist, man kann ihn experimentell mal ausprobieren, aber ich glaube, die sind auch bei X12 standardmäßig und alles andere wird glaube eher so als Beta abgehandelt. Also der einzige Punkt, wo in der Ankündigung drinsteht, Valent Support Clutter Polkit Agent was auch immer Clutter ist Clutter mit C Was ist das? Keine Ahnung, also das sagt mir jetzt Was sagt das Internet? Null wie gar nichts. Hä? Radar? Keine Ahnung, aber ansonsten wird Valent nicht Ach da, Bibliothek. Ist eine Software Bibliothek zur Entwicklung grafischer Oberflächen? Okay. Ach so, wird in Gnome Shale, Gnome Videos, Matter und Unity verwendet. Okay. Ja. Also das ist überhaupt die einzige Erwähnung von Valent in der ganzen Ankündigung und das auch für Cinnamon. Müsste man mal ausprobieren, ob das geht. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Falls jemand von euch ganz schnell war, hat jemand Cinnamon im Valent Modus ausprobiert? Geht das überhaupt? Gute Frage und viel wichtiger wird die Frage sein, kann man auf dem neuen Linux endlich Hyperland installieren? Fragen über Fragen. Ja. Dann braucht man wirklich guten Valence Support. Ja. Hm. Ich bin ja fast der Meinung, dass das nicht funktionieren wird, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Mal gucken. Ich gucke mal schnell, ob es dazu was gibt. Was tagesaktuelles. Ich vermute mal nicht, dass ich glaube auch eher nicht. Denn die Basis ist ja dieselbe von also zu 99, irgendwas Prozent ist es ja in Ubuntu 24.04. Von daher, wenn es da nicht funktioniert, dann dürfte es unter Linux Mint auch eher nicht funktionieren. Ja. Haben wir eigentlich Ubuntu 24.04 Nutzer hier? Ich persönlich habe es jetzt immer mit der 24.4 Version, ob nun dienstlich oder privat, eher Negativ-Erfahrung gemacht. dienstlich konnte ich das Ganze noch nicht mal richtig installieren. Das war anders verrückt. Also fand ich dann irgendwie noch ein bisschen komisch. Also im Einsatz habe ich es auch nicht. Für die M23 Version, die rausgekommen ist, habe ich es mir natürlich angeguckt und auch seziert, damit ich Clients mit Ubuntu 24.04 auch mit den verschiedenen Desktop-Umgebungen installieren kann. Aber wirklich, also darüber hinausgehend wirklich ausprobiert, habe ich es nicht. Obwohl BUDGY habe ich mir kurz angesehen. Ich glaube, ich habe ein Video daraus gemacht. Aber ansonsten, also ich brauche es auch eigentlich nicht. Also es bietet mir irgendwie im Moment keinen wirklichen Mehrwert. also das System, wo ich vorsitze, das ist eher so ein Frankenstein Linux Mint, das natürlich nur auf dem Älteren basiert, wo ich diese Multimedia und Streaming Sachen drüber mache. Da habe ich allerdings meinen TDE-Desktop drin. Also das System werde ich irgendwann auch mal aktualisieren auf dem aktuellen Stand. Ja, aber das ist ja auch kein richtiges, also das ist ja kein reines Ubuntu mit einem anderen Desktop. Das ist ja so ein Ubuntu Linux Mint Geraffel mit zusätzlichem Desktop. Also ja. Klingt auch sehr spannend. Ich habe mich kurz an, war das der letzte Halloween Stream, wo wir aus dem Ubuntu und LMDE gemacht haben oder war es andersrum? War das letztes Mal? Das kann auch schon zwei Jahre in der Vergangenheit sein. Ich weiß, da muss debien zwölf schon draußen gewesen sein. Vor zwei, drei, fünf. Gab gerade nur so so leichte Atmen. Da kam ja auch der Begriff her, weil ich mich daran erinnert habe, an den den Pinguin, diesen grünen, das Frankenstein Linux. Ja, genau. Wann war das noch? Wisst ihr das noch? Das müsste mal schnell Ingo oder Markus und oder beide. Ich weiß, ich weiß immer nicht, wer sich hinter CDT HB versteckt, ob das Ingo oder Markus und oder. Ich glaube, das war letztes Jahr. Das war so ein bisschen nach Halloween, das war so ein nachgezogener, weil direkt zu Halloween hat es irgendwie nicht geklappt. Aber hat mich kurz daran erinnert. Wo waren wir eigentlich bei Linux, Mint und beide. Sehr gut, so soll es sein. Deswegen also Wann war das noch? Wisst ihr es noch? Das ist immer gut, wenn die Zuschauer sowas besser im Kopf haben oder im Gedächtnis haben, als sich selbst. Bei einigen Sachen irgendwie, das verschwimmt irgendwie so mit den Wann war das? Ja. Ist LMDE für Linux Mint Anfänger ein No-Go oder ist das auch okay? Das ist auch völlig okay. November 23, also letztes Jahr, habe ich mich richtig erinnert. Sehr gut. Haben wir 24? Ja, haben wir. Moment, lass mich unten hinpeilen. 24 steht da. Das wäre jetzt eine mittelschwere Katastrophe gewesen, hätte ich mich im aktuellen Jahr geirrt. Also beim Jahreswechsel passiert mir das denn manchmal auch noch? Ja. Also so im Mitte des Jahres, also zur Mitte des Jahres, da hat sich das meist so eingependelt, dass das schon klappt. Mhm. Ja. Aber LMDE als Anfänger Distro ist auch völlig okay. ist halt eine Debian-Basis, läuft dementsprechend stabil, man hat die MINT, oh, Jean, wüsste das, heißen die MINT-Tools, diese Zusatzprogramme? Ich glaube, die werden MINT-Tools tituliert. X-Apps? Ja, ja, heißen auch, aber ich glaube, das ganze Toolset heißt MINT-Tools, was da alles wie Warpinator und alles dazu ist. wo? Also, kannst, kannst, kannst du genauso nehmen. Aber jetzt hast du halt das Problem, dass LMDE älter ist und dementsprechend nicht mehr auf der neuesten Hardware laufen wird. Da hast du eher Chancen mit MINT-22, dass es auf neuer Hardware läuft. Aber wieder neuer Player in der Distributionsriege. Ich warte ja immer noch mit Spannung auf Pop-OS 24. Das wird interessant. Gerade bei meinem Setup hier. Ich tue ich auch noch mal komplett alles über Bord werfen. Also, entweder bin ich nicht mehr mit dem Stream aktiv, weil ich mir meine OpenSense dann wirklich scharf schalte oder erst dann, wenn Pop-OS 24 kommt und ich mir denke, ach der Unterbau, ich mach das nochmal anders. Und dann ist ganz lange Schweigen im Wald, weil ich mich so zerschossen hab, dass gar nichts mehr geht. da wird's dann bei mir spannend. Pop-OS 24.12 Angedacht ist ja irgendwann Spätsommer, also August, was ich nicht glaube, dass es noch schaffen. Also, Cosmic Desktop ist jetzt kurz vor der Alpha, dann noch eine Beta-Phase. Entweder ist der so rund programmiert, dass die Beta-Phase ziemlich kurz ist und das Ganze stable wird. Aber das wird dann halt erst ein Pop-OS 24.9, 10, 11, 12 würde ich nicht sagen. Aber Uwe, ich muss grad erst überlegen, was du meinst mit 24.12. Hat er sich verschrieben? Oder es kommt im Dezember raus, hätte ich jetzt daraus geschlossen. Genau, genau, den Sprung hab ich nämlich nicht geschafft. Spätsommer bis Dezember. Halten Sie sich bereit in dieser Zeit, da wird der Handwerker kommen. Hm, genau, ja. Irgendwas ab morgen 8 Uhr und Dezember. halten Sie sich bereit. Aber nicht früher. Ja. Ja, gut. Haben wir noch was für Linus Mint? Irgendwie sind wir jetzt ein wenig abgedriftet. Das ist doch gut. Ja. Dafür sind wir auch hier. Genau, das macht ja das Ganze erst sympathisch. Wann erster Test bei Linux Guides? Das wäre jetzt die Frage, die wir in den John stellen könnten, aber der ist ja nicht da. Ich habe schon geguckt, ob es da was zu gibt. Aber er hat das Ganze ja schon mal vorweggenommen. Vor zwei Wochen hat er schon ein Video dazu gemacht, welche neuen Funktionen es gibt. Also der hat sich dann die Beta-Version wahrscheinlich wirklich einmal vorgenommen und angeguckt und ja, ob er jetzt überhaupt dazu kommt, also wo er uns ja schon vernachlässigt, ob er überhaupt die Zeit hat, da dann auch ein Video zu machen. Ich weiß es nicht. Ja, aber es wäre mal wieder an der Zeit. Letztes Video vor sechs Tagen. Da könnte man noch ein bisschen in den Kommentaren Radau machen. Ja, genau. Wann neues Video. Genau. Dran denken. Jean mit Linux Guides auf YouTube und Zweitkanal Linux Guides Admin auch nicht vergessen. Also wir vergessen ihn nicht, auch wenn er uns vergisst manchmal. Ja, also er hat uns ja nicht vergessen. Er hat vielleicht auch so ein leichtes schlechtes Gewissen, aber es passt bei ihm halt nicht im Moment nicht. Ist ja auch in Ordnung. Ja. Von daher ist es so, wie es ist. Exakt. Dann sind wir schon bei, also wir wollen kein weiteres Thema mehr, oder? Es sei denn, du hast noch was. Also auf die Schnelle weiß ich jetzt nichts. Vielleicht bietet sich noch irgendwas an. Ich habe jetzt nichts wirklich brennendes. also, aber ich, ach, wir haben eigentlich auch schon lange genug, ne? Also von daher würde ich sagen, wir arbeiten wir aufs Ende hin hinzu. Denn natürlich auch bei Micha, bei Saint of Sinna, bei Twitch gerne vorbeigucken. Da gibt es üblicherweise jeden Dienstag und Donnerstag alles mögliche. Dienstag ist Gaming-Tag, Donnerstag ist Technik-Basteltag, ne? Genau. Und quasi so jeder zweite Donnerstag ist dann teilbelegt mit dem Podcast. Jetzt ist also komplett das Wort weg gewesen. Man darf nicht lesen und denken gleichzeitig, das beißt sich. Da sind die Kapazitäten einfach dafür nicht mehr frei. Genau. Heute im Anschluss nichts, weil ich bin auch kognitiv durch. Wird nicht mehr viel rumkommen. Dafür nächsten Dienstag gucken wir uns mal das neue Docker Web-UI Kind in der Stadt an. Also neben Portainer gibt es was Interessantes. Gibt es bei dir Dienstags? Denn nächsten Dienstag ist Jean ja noch mit da. Also im August ist er weg. Und nächster Dienstag ist noch nicht. Nächsten Dienstag wäre mein Gaming. Ja, das meine ich ja. Also nächsten Dienstag machst du Docker? Habe ich Dienstag gesagt? Nicht mein Donnerstag? also ich habe jetzt... Nee, nee, dann habe ich mich klassisch versprochen. Ich habe ja gesagt, ich bin kognitiv am Ende. Gut, Donnerstag. Genau, Donnerstag. Das ist für dich immer das Zeichen, glaub dem nichts mehr. Der glaubt sich selber nichts mehr. Jetzt gehen wir nach Hause, wenn wir nicht schnell werden. Nee, Dienstag mache ich Gaming. Ich habe mich dazu entschlossen, endlich mal Monkey Island nachzuholen. Das ist in meiner Jugend sehr weit an mir vorbeigegangen. Aber das hat sich bis heute nicht geändert. Und ich wurde so ein bisschen, nennen wir es mal, beeinflusst. und jetzt höre ich es nach. Schön. Welche Variante nimmst du? Ich habe die Remastered vom ersten, zweiten, dritten habe ich im Original und vierten auch. Aber ob ich den vierten spiele, das ist so eine Albtraum frühe 3D-Rendering-Grafik, da weiß ich nicht, ob mir das gefallen wird. Das sieht immer aus wie so eine schlechte 90er-Jahre-Werbung, als sie gerade 3D entdeckt haben. Und die Steuerung ist auch nicht gut. Also Maussteuerung gibt es nicht mehr, machst du schön über die Pfeiltasten. Echt? Und dann noch so Panzersteuerung oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es kam nicht gut an. Ich habe das, glaube ich, einmal beim Freund probiert oder so. Am Anfang musste so glühende Kohlen mit den Füßen hin und her. Das passte alles überhaupt nicht. Das war total scheiße. Sah scheiße aus, schlecht zu spielen und überhaupt. Also das ist auch der Teil, der, glaube ich, insgesamt am schlechtesten bewertet wurde, aus guten Gründen. Ja. Deswegen gab es ja auch lange Zeit danach erst mal nichts, glaube ich. Und dann das Neue, da gab es ja den, wo über die Nasenform von Geibroch Schriebrot diskutiert wurde, ob das wirklich so sein muss und ob das auch noch jugendfrei ist. Ja. Also Designmäßig weiß ich nicht, hätte man sich eher an den älteren Teilen orientieren können, aber es sollte künstlerisch so sein. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ersten drei auf jeden Fall, vierten, ein entschlossenes vielleicht. Da weiß ich dann einfach nicht. Deswegen auch gerne, wen das interessiert, ich fahre da irgendwie zweigleisig, ich habe als Gaming-Channel angefangen und naja, es ist einfach so, wie es ist, entweder Dienstag oder Dienstag oder bei beides freue ich mich für jeden, der dabei ist und seinen Input gibt. Genau, haben wir irgendwas vergessen? Wir haben Kinox das, wir haben nicht dabei sein letzter Schluss, hatten wir das schon? Nee, hatten wir noch nie, also gerne meinen Kanal abonnieren, ist verlinkt und so. Da gibt es komische Dinge, unter anderem diese Woche mit Spam und dem Boris und dem Mike. Ja. Hat denn jetzt jemand erraten, wo Boris die Klinge her war? Nicht gerne in die Kommentare. Ich dachte, es kommt hier irgendwo noch im Chat irgendwo, aber ja, ist ein Filmcharakter gewesen. Hm, Boris die Klinge. Ist schon was für Kenner, würde ich jetzt andere Charaktere nennen, wäre es zu einfach. Das gab doch, wie hieß denn das, Machete oder so. mit denen. Nee, 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 nee. Was war denn das? Machete Kills. Jetzt auch im Weltraum oder so. Ja. Nee, nein, was anderes. Aber ich sehe schon, wir haben da schon einen Connoisseur der guten Filme. Die richtige Antwort wurde schon genannt. Ein auch viel zu unterschätzter Film meiner Meinung nach. Okay. Hm. Da gibt es ja eine Menge, wie ich immer wieder feststelle. Okay, von 2000. Ist der von 2000? Ja, müsste sein. Schweine und Diamanten. Genau. Okay. Hm. Gut. Ja, genau. Machen wir erst mal Ende, bevor wir zum Ende kommen. Ja, genau. Bedanke mich für jeden, der dabei gewesen ist, der sich das dann später noch auf Spotify anhört oder das Ganze dann noch mal aus der Reserve, Reserve, Konserve, entweder bei dir dann noch mal sieht oder auf dem Tux-Tage-Kanal. Da kommt dieser Videomitschnitt dann auch noch mal online. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei dir, Hauke, und für jeden, der gerade dabei gewesen ist und sage danke und bis dann und gib dir noch das Wort. Danke wieder fürs Organisieren, dass wir uns wieder so zusammenfinden konnten und ja, genau. Bleibt gesund, macht es gut und ja, dann bis irgendwo irgendwann. Ja.